Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Dad Video auf meinem Kanal. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch, denn ich zeige euch heute das umweltfreundlichste Elektroauto der Welt. Das umweltfreundlichste Elektroauto ist immer noch kein Elektroauto. Und jetzt zeige ich euch den umweltfreundlichsten Mensch der Welt. Natürlich sind auch Menschen am umweltfreundlichsten, wenn sie tot sind. Aber sind vielleicht Elektroautos doch ein bisschen umweltfreundlicher, als der Ruf bisher war? Es gibt eine neue Studie, die Schweden-Studie 2, und die schauen wir uns jetzt zusammen an. Ja, und damit willkommen zum Video. Seit ich mich überhaupt mit Elektromobilität beschäftige, und das ist ja noch nicht so sehr lange, seit Frühjahr dieses Jahres ungefähr, habe ich immer wieder von Leuten gehört, ja, die Elektroautos, die sind doch gar nicht umweltfreundlich. Ich habe das in Kommentaren gelesen oder beim Grillen hat man gesagt, ja, das ist schon alles recht mit den Elektroautos, aber man braucht ja 150.000 Kilometer, muss man ja, glaube ich, fahren, bis das dann sich irgendwie überhaupt rechnet, gell? Und gerade vor einer Woche habe ich noch gelesen vom früheren grünen Mitglied Oswald Metzger, Elektroautos würden doch 100.000 Kilometer fahren müssen, bis sie überhaupt den CO2-Rucksack abgetragen haben. Woher kommt das eigentlich? Woher kommen diese Zahlen? Und was hat sich vor allem jetzt geändert, seit es die neue sogenannte Schweden-Studie 2.0, nenne ich sie mal, gibt? Was natürlich völlig klar ist, und deswegen diese kleine Einleitung vorne, die Herstellung eines Autos und auch die Herstellung eines Elektroautos braucht Energie. Dadurch wird CO2 freigesetzt, das ist überhaupt keine Frage. Und offenbar ist beim Elektroauto die Produktion der Batterie eben besonders aufwendig, besonders energieaufwendig, besonders ressourcenaufwendig und daran entzündet sich eben seit langem dieser Streit. 2017 hat das Swedish Environmental Research Institute eben untersucht, wie genau die CO2-Bilanz bei der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien eben ist. Die haben das sehr genau untersucht von der Rohstoffgewinnung, vom Transport zur Produktion, über die Produktion der Batterie selbst, bis hin zum Recycling und auch zur Wiederverwendung dann später wieder als normaler Speicher. Ja, was das Institut auch schon damals beklagt hat, ist es, dass es sehr wenig verlässliche Zahlen gibt, dass es eine sehr hohe Schwankungsbreite gibt, zum Beispiel dadurch verursacht, dass es eben weltweit auch sehr unterschiedliche Strommixe gibt. Also eine Batterie, die meinetwegen in Schweden hergestellt würde, wo wir einen Anteil von ungefähr 50, 55 Prozent regenerativer Energien haben, hat natürlich eine andere CO2-Bilanz als eine Batterie, die in China hergestellt wird, wo noch der meiste Strom mit Braunkohle, Öl und Erdgas heute erzeugt wird. Und das Ergebnis dieser Studie damals war, dass bei der Produktion einer Lithium-Ionen-Batterie je 1 Kilowattstunde Batteriekapazität eine Emission von 150 bis 200 Kilogramm CO2-Äquivalente emittiert, also ausgestoßen werden. Daraus wiederum hat dann eine Studie des IFO-Instituts Mitte 2019 geschlossen, Für eine Tesla-Batterie von 75 Kilowattstunden bedeutet das einen zusätzlichen CO2-Ausstoß von 10.875 Kilo bis 14.625 Kilo CO2. Hier wurden praktisch diese Zahlen der Schweden-Studie eingesetzt in eine Tesla-Batterie und daraus eben dieser sogenannte CO2-Rucksack errechnet. Und die vom Joanneum Research durchgeführte ADAC-Studie folgerte im Herbst diesen Jahres daraus, Das Elektroauto kann seine Vorteile im Vergleich zu Benzin und Diesel erst nach ca. 127.500 Kilometern oder 8,5 Betriebsjahren Benzin bzw. ca. 219.000 Kilometern oder 14,6 Betriebsjahren Diesel ausspielen. Der Grund, die aufwendige Produktion der Batterien, die bereits einen großen Treibhausgas-Rucksack mit sich bringt. Dieser muss über die Zeit der Fahrzeugnutzung erst amortisiert werden, Durch die hohen Treibhausgasemissionen des deutschen Strommix mit immer noch großem Kohleanteil dauert das jedoch sehr lang. Da kommen diese Zahlen her, dass viele eben sagen 100.000, 127.000 oder bei einem Diesel sogar 200.000 Kilometer müsste so ein Auto fahren. Und dann sagen ja manche, ja so alt wird das Auto ja gar nicht. Also Elektromobilität ist eigentlich Schrott und nicht umweltfreundlich. Natürlich gab es Gegenargumente von Elektroautofahrern. Das eine ist, wir befinden uns hier in einem starken Wandel und es wird eigentlich immer besser. Auch der Strommix wird immer günstiger. Wenn man sich anschaut, wie er 2010 war, wie er heute ist, dann sieht man da durchaus enorme Fortschritte. Gerade Tesla setzt ja seit langem auf regenerative Energien in der Produktion. Stichwort Gigafactory. Und auch im Betrieb ist es ja so, dass Supercharger mit 100% Ökostrom gespeist werden. Übrigens ja auch die Unity Charger von der Konkurrenz werden mit Ökostrom betrieben, weil sonst hat das ganze Jahr nicht so viel Sinn. Das war die bisherige Argumentation und dazu ist nun wirklich vor wenigen Tagen, und deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, dass das von Oswald Metzger letzte Woche noch in der Zeitung war, weil zwei Wochen davor gab es diese neue Studie. Eben das Swedish Environmental Research Institute hat eben vor wenigen Tagen ihre Studie von 2017 überarbeitet und die CO2-Bilanz von Lithium-Ionen-Akkus in Autos mit aktuellen Zahlen neu berechnet. Sie haben dabei berücksichtigt, dass die Herstellungsprozesse bereits optimiert sind. Da ist natürlich ein enormer Fortschritt, weil immer mehr Elektroautohersteller auf den Markt kommen und die natürlich auch wirtschaftlich arbeiten wollen und ihre Prozesse optimieren. Sie haben berücksichtigt, was ich gerade angedeutet habe, dass der Strommix immer besser wird, eben auch für die Herstellung. Sie haben berücksichtigt, dass es einen optimierten Rohstoffeinsatz gibt. Es gibt beispielsweise Kobalt, spielt immer weniger eine Rolle, das viel Gescholtene. Es dürfte in kürzester Zeit gar nicht mehr nötig sein. Und zum Beispiel eine Rolle gespielt hat auch ein nicht ganz unwichtiges Detail in der Produktion, denn einen Riesenanteil der nötigen Energie bei der Batteriezellproduktion spielt die Trocknung. Ich bin nun überhaupt kein Fachmann, aber ich habe das eben gelesen in der Studie. Und da geht es eben darum, dass man bisher davon ausging, dass Anode und Kathode beide beim Beschichtungsprozess NMP verwenden. Das ist eine Verbindung, eine chemische. Und die wiederum benötigt einen relativ hohen Energieaufwand bei der Trocknung. In Wirklichkeit ist es aber schon seit Längerem so, dass offensichtlich für die Anode Wasser verwendet wird meistens, was viel schneller zu trocknen ist und deswegen auch einen viel geringeren Energieaufwand bei der Trocknung braucht. Wenn man jetzt weiß, dass zur Batterieherstellung der Anteil dieser Trocknung, ich habe das nur in einem Schaubild so gesehen, 70, 80 Prozent eigentlich sind, also das ist der Hauptanteil der Energie, die benötigt wird, um diese Batterien herzustellen, dann macht das schon einen Unterschied, ob man praktisch beide Kathode und Anode mit diesen NMP füllt oder ob die eine Seite nur mit Wasser gefüllt ist, was leichter trocknet. Und das Ergebnis dieser Schweden-Studie 2.0, nenne ich sie jetzt mal, heißt, Based on the new data filtered by the reporting transparency, an estimate of 61 to 106 kg CO2 equivalent kilowatt hours battery capacity was calculated for NMC batteries in light duty vehicles. 61 bis 106 kg CO2-Äquivalente pro Kilowattstunde Batteriekapazität wurden jetzt neu berechnet. Und das ist natürlich ein enormer Unterschied zu den 150 bis 200 kg, die wir vorher hatten. Die Hälfte, teilweise weniger als die Hälfte unter günstigen Bedingungen. Insgesamt betrachtet kann man sagen, dass durch diese überarbeitete Schweden-Studie nun aber doch ganz andere Zahlen geschaffen worden sind. Und ich warte nun sehr darauf, dass eben die entsprechenden Institute auch auf dieser Basis jetzt mal neu berechnen, wie groß der CO2-Rucksack wirklich ist und ab welcher Kilometerleistung Elektroautos gleichziehen mit Diesel- und Benzinfahrzeugen. Eine Sache, die mir als Laien eigentlich immer ein großes Fragezeichen auf die Stirne zeichnet, und da könnt ihr mir vielleicht helfen, ist eine methodische Frage. Denn berechnet wird ja die CO2-Emission in Abhängigkeit von der Batteriekapazität. Das ist okay, ja. Also ein großer Akku hat in der Produktion auch einen größeren CO2-Rucksack. Das kann ich nachvollziehen. Aber in der Lebensdauerbetrachtung wird dann bei den Autos, auch jetzt bei dem Model 3 im Mercedes-Vergleich von der IFO-Studie, immer von diesen 150.000 Kilometern gesprochen. Und in zehn Jahren 15.000 Kilometer pro Jahr. Und so wird das dann auch runtergerechnet, der CO2-Rucksack auf den einzelnen Kilometer. Und das verstehe ich nicht, weil wäre es nicht logischer, dass ein E-Auto mit einem größeren Akku auch eine größere Lebensleistung hat? Wie kommen die überhaupt auf die 150.000 Kilometer Lebensleistung bei einem Model 3? Also das würde mich jetzt schon mal sehr wundern, weil wenn ich jetzt mal ganz konservativ 1000 Ladezyklen ansetze und ich habe eine 75 Kilowattstunden Batterie und ich nehme dann nochmal einen sehr unfreundlichen Verbrauch von 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometern, da kommen bei mir am Schluss immer noch 375.000 Kilometer raus. Wenn ich jetzt mal etwas optimistischer mit 1500 Ladezyklen rechne und mit einem Verbrauch von, ja, sagen wir mal nicht 15, wie es drin steht, aber sagen wir mal 18 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, dann komme ich immerhin auf erkleckliche 625.000 Kilometer. Da kann man dann auch sagen, ja, die Batterie wird älter, die wird nicht so lange halten, aber der Abstand zu 150.000 Kilometern ist doch ziemlich groß und ich finde schon, dass man nicht nur die Größe der Batterie zum Nachteil des Autos dann hinterher bewerten darf, sondern doch auch die Größe der Batterie in eine längere Laufleistung umrechnen sollte. Das ist zumindest meine Logik als Nicht-Fachmann. Vielleicht habt ihr dazu Informationen, die ich nicht kenne oder ihr könnt mir zeigen, wo der blinde Fleck bei mir oder bei den Forschern des EFO-Instituts gewesen ist. Ihr findet unten in der Beschreibung auch die Links zu den Originalstudien. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked auf jeden Fall dieses Video, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, kommentiert unten, was das Zeug hält und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dieser Dad. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.